Christoph ist IT-Leiter bei einem stark wachsenden mittelständischen Unternehmen. Erst vor kurzem hat er auf einer Konferenz von der Möglichkeit gehört, mit iSilon seine Pfeildaten zu konsolidieren. Der Gedanke einer zentralen Pfeilplattform gefällt ihm sehr. Allerdings hat er aufgrund der zunehmenden Angriffe auf IT-Systeme durch Ransomware enorme Bedenken, alle Daten in einem einzigen Pool zu vereinen. NAS-Speichersysteme verarbeiten unzählige Pfeilanfragen pro Tag. Bei diesem stark wachsenden Datenverkehr gibt es keine Garantie darüber, dass Benutzer nicht durch Ransomware infiziert werden, die das gesamte Speichersystem kompromittieren könnten. Christoph lässt sich dazu von seinem externen IT-Partner der Firma TechData beraten. TechData empfiehlt Superna iGlass Ransomware Defender, eine Software, die exklusiv für iSilon Scale-Out NAS-Speichersysteme entwickelt wurde. Aber was genau macht Superna Ransomware Defender, um Pfeildaten zu schützen? Alle Benutzeraktivitäten im iSilon Cluster werden in Echtzeit auf Benutzerverhalten und bekannte Dateierweiterungen überwacht. Die Erkennung von Verschlüsselungsangriffen kann durch bewusst platzierte Honeypot-Dateien beschleunigt werden. Diese Erkennungsmethoden können für jede Umgebung angepasst werden. Im Falle eines erkannten Angriffs werden die betroffenen Benutzer sowie die Dateipfade und die IP-Adresse identifiziert. Der Administrator wird darüber automatisch benachrichtigt. Parallel löst Superna Ransomware Defender eine Reihe von automatisierten Aktionen aus. Betroffene Benutzer werden isoliert, und zwar in Echtzeit. Ein automatischer Snapshot erstellt ein schreibgeschütztes Abbild der angegriffenen Daten. Dieser ermöglicht das Wiederherstellen von Dateien nach einer Infektion durch die Benutzer. Im Falle eines massiven, parallelen Angriffs kann die Angriffsstufe automatisch eskaliert werden, um Benutzer schneller zu isolieren und Daten zu schützen. Wurde der Angriff erfolgreich abgewendet und das Benutzersystem wiederhergestellt, können die Daten schnell und einfach aus einem durch den Ransomware Defender erstellten iSilon Snapshot wiederhergestellt werden. Mit Superna Ransomware Defender hat Christoph eine solide Basis, um seine Daten noch effektiver zu schützen. Mit der Unterstützung seines IT-Partners Dell EMC und Superna hat Christoph sichergestellt, dass wertvolle Unternehmensdaten vor einer Bedrohung von innen geschützt sind.